Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Weekly Chess Opening Video auf meinem Kanal mit eurem Brocken, meine geliebte Community. Ja, nun gucken wir hier einmal direkt mit unserem Krieger einmal rein, ob der denn nun Glück hatte. Ah, der zieht einen Ring. Nice, den habe ich, aber ist trotzdem eine Verbesserung, weil den habe ich nur 220. 220 hat sich also, ja, keine Waffe, aber wie gesagt, brauche ich auch nicht. Verbesserungen in die Richtung sind gut. Hier ist nämlich der andere Ring, der hat zwar jetzt Tempo, der hat zwar einen Sockel, aber hier haben wir den gleichen Ring nochmal 226. Ah, den können wir direkt anlegen, bam, fertig, verzaubern. Dann sieht das Ganze schon mal nice aus. Also damit würde ich sagen, für den Krieger war es auf jeden Fall eine kleine Verbesserung, nicht mega krass, aber es war solide. Das ist ja das, was ich mir eigentlich gewünscht habe, weil nochmal auf 226er Waffen oder so wollte ich sowieso mit dem Bowie nicht. Und daher freue ich mich auf jeden Fall mit dem Bowie, dass es hier ein wunderschöner Ring geworden ist. Nun gehen wir einmal rüber zu unserem Monk und werfen mal einen Blick da drauf. Der hat ein paar Kisten mehr gehabt. Mal sehen, wie viel Lootglück unser Monk in der heutigen Weekly Chess hat. So, dann machen wir mal mit unserem geliebten Monk jetzt hier auch mal unsere Kiste auf. Bitte, bitte was Geiles, was Geiles. Uh, 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 brudi, brudi. Keine Waffe, aber nice Schmuckstück. Ja, brauchen wir gar nicht drüber reden, Alter. Mega, mega nice Schmuckstück. Macht einfach Top-Schaden in Nehmbar direkt mit. Bam Bruder, was haben wir hier 15er Nebel, ey, Freeload Die Woche, easy Easy, also dafür dass wir Zwar keine Waffe ziehen, ja Ziehen wir trotzdem einfach hier teilweise Bis zum Besten Slot Sachen mit Und dann ist jetzt nicht das Beste, aber Es macht trotzdem halt einfach Nebenbei guten Schaden, perfekt Dann heißt es, da brauche ich nochmal ein paar Indies laufen Ja, dass wir nochmal eine Waffe ziehen Und dann können wir auch die 226er anziehen Auch hier einfach, ne, ein nicer Loot, ist trotzdem schön, gefällt mir Für den Warby eine gute Verbesserung Weil, wie gesagt, Waffen brauche ich nicht, da passt der Ring Perfekt rein, für den Monk brauchen wir Gar nicht lange gucken, aber gefällt mir einfach das Schmuckstück Mega, mega nice, so, jetzt haben wir Nur noch unseren geliebten Healer Droiden Und da gucken wir auch nochmal rein, ob Der ein bisschen mehr Glück hatte oder auch Nicht, ich bin gespannt, ich bin Gespannt, so, und dann mit dem Letzten, der eine Weekly Chess gemacht hat Machen wir die Kiste auf, der hat ein Zehner gespielt Da ist egal, was drin ist, ist Trotzdem halt Na gut, Ring ist aber Na gut, hier oben ist halt 194er Waffe Was hatten wir denn, ne, wir haben jetzt hier, glaube ich Na, was haben wir denn hier Na gut, da brauchen wir nichts, dann können wir Ja, können wir den Ring hier direkt mitnehmen Na, ist doch Ausschläge Er kriegt noch einen Zehner, neuner kriegt er, was hat er denn Mal gucken, was er für einen neuner Key zieht Boah, Theater des Schmerzen, ne, ist gar nicht Mal so verkehrt, ne, hat er Hatte auch nochmal Glück gehabt, das ist, glaube ich, der Ring hier Den ich hier habe, der jetzt ein bisschen höher Genau, äh, ist doch nice Es sind zwar jetzt nicht die geilsten Werte drauf Die ich unbedingt brauche, aber erstmal Ein schöner GS-Push auf jeden Fall Na, das ist schon mal schnieke Ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen Es war eigentlich kein schlechter Loop Mein Krieger hat die Verbesserung bekommen Was ich mir so gewünscht habe, hab ja gesagt So, Ringe wären halt geil, Brustplatte wäre halt irgendwie nice Für den Bobby hat einen Ring bekommen Ist eigentlich sehr, sehr schön auf alle Fälle Na, der Monk, klar, hätte eine Waffe lieber gebrauchen können Aber hey, na, so habe ich auf jeden Fall nochmal Ein richtig gutes Schmuckstück gezogen Was auch nochmal, ähm, den Damage mitpusht Auch sehr, sehr nice Und auch der Druide hat eigentlich was relativ Solides gezogen Hat ja auch nochmal einen Ring gezogen Auch da hat er auf jeden Fall eine Verbesserung Ich möchte mich gar nicht beklagen Der Loot war zu den letzten Wochen natürlich nicht so mega krass Mit den ganzen Waffen Aber trotzdem so, dass ich sagen kann Es war auf jeden Fall eine Verbesserung Und ich bin zufrieden Ich hoffe auf jeden Fall Ihr hattet auch relativ guten Loot Vielleicht sogar auch mega guten Loot In eurer Weekly Chess drinnen Schreibt es mir auf jeden Fall mal wieder in die Kommentare Wie war euer wöchentlicher Loot? Hat es sich gelohnt, die Weekly Chess zu spielen? Ja oder nein? Würde mich auf jeden Fall interessieren Wenn das Video euch hier auf alle Fälle gefallen hat Lasst mir gerne einen Daumen nach oben Da ihr wisst, meine Freunde Support ist kein Mord Und jedes Däumchen ist ein Schäumchen Ansonsten, wenn ihr gar nichts mehr von mir verpassen möchtet So könnt ihr jetzt jederzeit gerne rechts außen Einmal auf Abonnieren drücken Dann seid ihr immer auf dem Laufen Was ich gerade wann, wie und warum mache Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag Haut da rein Ich bin raus Euer Brocken Bis zum nächsten Mal